Auto zu langweilig? Nicht schnell genug? Individuell. Anders. Besser. SW-Tuning. Herzlich willkommen bei SW-Tuning Television. Mein Name ist Sebastian Wagenkast und ich zeige euch heute an einem VWT5 Facelift-Modell, Karabelle langer Radstand, wie man die Glühbirnen-Innenraumbeleuchtung umrüstet auf LED. Wenn ihr Interesse an diesem Umrüstkit habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an shop.sw-tuning.de oder ruft uns einfach an. Ich hoffe, dass das Video euch das zeigt, wie man diese ganzen Einbauteile rausbekommt. Ich bin heute etwas gehandicapt, aber werden wir schon hinbekommen. Also, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020